Mit den Karusch-Kuntaka-Bedingungen lassen sich unter bestimmten Voraussetzungen Aussagen über die Lösbarkeit von solchen Optimierungsproblemen hier treffen. Da jetzt aber die Berechnung von solchen KKT-Punkten im Allgemeinen sehr aufwendig ist, kommt es ziemlich oft vor, dass dir in der Klausur ein Punkt vorgegeben wird. Wie du jetzt überprüfen kannst, ob es sich bei diesem Punkt um einen KKT-Punkt handelt und möglicherweise sogar um eine Lösung von diesem Optimierungsproblem, das zeige ich dir jetzt direkt am Beispiel. Los geht's! Unsere Aufgabe ist es jetzt, zu zeigen, dass dieser vorgegebene Punkt x1 gleich 7 Drittel und x2 gleich 2 Drittel ein KKT-Punkt von diesem vorgegebenen Optimierungsproblem hier ist, das als Zielfunktion f so eine quadratische Funktion hat, die minimiert werden soll und als Nebenbedingungen so eine Gleichungs- und zwei Ungleichungsrestriktionen. Diese quadratische Funktion hier oben steht, die ist jetzt in Matrix-Vektorschreibweise umgeformt. Ist tatsächlich besser und angenehmer zu rechnen, auch wenn das auf den ersten Blick vielleicht nicht so aussieht. Aber wenn du möchtest, kannst du gerne Matrix-Vektor-Produkte ganz einfach ausrechnen und hast einfach wieder so eine skalare Funktion, von der du dann wieder einzeln die Ableitungen bilden kannst, wenn du das möchtest. Aber glaub mir, so ist es viel entspannter, die Ableitungen zu berechnen. Okay, wir wollen zeigen, dass das ein KKT-Punkt ist. Das bedeutet, wir müssen zu unserem Problem die KKT-Bedingungen aufstellen und dann diesen vorgegebenen Punkt einmal einsetzen und schauen, dass da jeweils eine wahre Aussage bei rauskommt. Und ob jetzt dieser Punkt vorgegeben ist oder ob du ihn erst selber berechnen musst, der erste Schritt ist immer gleich. Wir müssen diese KKT-Bedingungen aufstellen. Die erste KKT-Bedingung kümmert sich um die Gleichungsnebenbedingungen. Wichtig aber, dass die nach 0 umgestellt werden müssen. Also entweder ziehen wir die 3 auf die linke Seite oder das x1 plus x2 auf die rechte Seite. Vollkommen egal. Wenn wir das aber nach ist gleich 0 umgestellt haben, dann nennt man das Ganze G. G für Gleichung, das passt ganz gut. Und manche nennen es auch H. Da musst du mal auf die Bezeichnung von deinem Professor achten. Ich nenne es aber G. Finde ich intuitiver. G für Gleichung. Und auch bei Lagrange haben wir die Gleichungen alle G genannt. Und ich möchte jetzt einfach die 3 auf die linke Seite drüber ziehen, denn es ist ja vollkommen egal. Hauptsache da steht, ist gleich 0. Gut, und wenn die Gleichungsnebenbedingungen bei mir G sind, dann sind die Ungleichungsrestriktionen gleich die Hs. Wie gesagt, bei dem Professor könnte es andersrum sein. Bitte achte da nochmal drauf. Also, wir haben hier zwei Ungleichungsrestriktionen. H1 und H2. Aber es heißt erst dann H1 und H2, wenn wir das nach kleiner gleich 0 umgestellt haben. So, das heißt, bei dieser Restriktion haben wir gleich zwei Probleme. Zum einen steht da eine 1 und zum anderen steht da ein größer gleich. Gut, die 1 kriegen wir ganz einfach rüber, indem wir rechnen minus 1. Und das Relationszeichen können wir umdrehen, indem wir rechnen mal minus 1 oder durch minus 1. Sprich, wenn wir die 1 rübergezogen haben, ja, minus 1, dann ändern wir noch überall mal das Vorzeichen, damit das Ganze am Ende auch wirklich kleiner gleich 0 ist. Und dann nennt sich das Ganze auch H. Minus x1 plus 2x2. Und wenn wir jetzt rechnen minus 1 und mal minus 1, wird das zu einer plus 1. Und dasselbe Spiel können wir auch noch für die zweite Ungleichungsrestriktion machen. Da müssen wir einfach nur noch die 4 auf die linke Seite ziehen und schon steht da kleiner gleich 0. Und dann heißt das Ganze auch H. Oder je nachdem, bei manchen Leuten eben auch G. Achte einfach auf die Bezeichnung von deinem Professor. Alles klar, das waren die ersten beiden KKT-Bedingungen. Die dritte KKT-Bedingung, das ist einfach immer diese Gradientenbedingung. Also wenn du den Gradienten dieser Lagrange-Funktion zu 0 setzt. Ich mache das immer gerne Stück für Stück. Ich schreibe mir gerne diese Gradienten einzeln auf und füge das Ganze dann zusammen wie so ein Puzzle. Und beginnen tun wir immer mit dem Gradienten von unserer Zielfunktion. So der Gradient von dieser quadratischen Gleichung hier. Viele fühlen sich wohler, wenn sie das Ganze erst ausmultiplizieren und dann nach x1 ableiten und dann nochmal nach x2. Aber glaub mir, speziell in dieser Form hier ist das Bestimmen des Gradienten umso einfacher, wenn du es so lässt. Das heißt, stell dir einfach mal vor, als Eselsbrücke, da steht sowas wie ein halb x². x mal x, vom Gefühl her wie x². Ein halb x² abgeleitet ist doch einfach nur x. Die 2 kommt als Faktor nach vorne, Exponent minus 1. Und genau das gleiche passiert auch hier. Eins der beiden x fällt weg und der gesamte Term wird mal 2 gerechnet. Das hängt mit den Ableitungsregeln für Matrix-Vektor-Produkte zusammen. Wenn du die gerade nicht drauf hast, dann glaub mir, ansonsten schauen wir es uns einfach nochmal in einem extra Video an. Aber wenn wir diesen Term hier ableiten, wird eins der x wegfallen und wir rechnen den Term mal 2. Deswegen fällt auch die ein halb weg. Überbleibt also, wenn wir diesen vorderen Summanden ableiten, einfach nur die Matrix mal dem x-Vektor. Also 1, 0, 0, 3 mal dem x-Vektor. Jetzt schreibe ich ihn mal aus. x1, x2. Und wir müssen noch diesen zweiten Summanden ableiten. Also so wie 2x abgeleitet ist 2 und minus 6x abgeleitet ist minus 6. Das heißt, wenn wir das ableiten, dann bleibt einfach nur der Vektor über 2 minus 6. Und die Konstante hinten, die fällt weg. Okay, wir brauchen aber noch die Gradienten auch von unserer Gleichungsnebenbedingung. Also wenn wir hier nach x1 und nach x2 ableiten, 1, 1. Und noch die Gradienten von unseren Ungleichungsrestriktionen. Ich schreibe mal unten weiter, damit wir den Platz hier drüben nachher fürs Weiterrechnen haben. Also noch den Gradienten von h1. Das ist gerade minus 1 und 2. Bei solchen linearen oder bei solchen affinen Nebenbedingungen sind es einfach nur die Vorfaktoren von x1 und x2. Und noch den Gradienten von h2. Das ist gerade 0, minus 1. Okay, und jetzt fügen wir das Ganze noch zusammen, einfach in der Gleichung, wie sie hier oben steht. Der Gradient von f. Da können wir das Ganze auch gerne gleich ausmultiplizieren. Das ist 1 mal x1 plus 0 mal x2. Steht in der ersten Komponente. Und in der zweiten steht 0 mal x1 plus 3 mal x2. So, plus 2 minus 6. Und dann geht es weiter. Plus ein Lambda für jede Gleichungsrestriktion. Also plus Lambda mal dem Gradienten von g. 1,1. Und dann haben wir noch so einen Multiplikator µ für jeden Gradienten der Ungleichungsrestriktionen. Da wir zwei haben, h1 und h2, haben wir hier auch zwei µs. Also µ1 mal dem Gradienten von h1 plus µ2 mal dem Gradienten von h2. Und das Ganze soll immer gleich der Nullvektor sein. Okay, das ist die Gradientenbedingung. Und jetzt kommt noch der krönende Abschluss. Die vierte Bedingung, das ist gerade die duale Zulässigkeit. Die besagt, dass alle Multiplikatoren von diesen Ungleichungsrestriktionen, also diese µs, positiv sein müssen. Damit die duale Aufgabe zulässig ist, aber wie gesagt, es hat mit der Dualitätstheorie zu tun, kümmern wir uns jetzt erstmal nicht weiter drüber. Glauben an der Stelle, dass das eine wichtige KKT-Bedingung ist. Das Lambda, das ist vollkommen egal. Das kann jede reelle Zahl annehmen. Positiv, negativ, vollkommen egal. Und zu guter Letzt haben wir noch die Komplementaritätsbedingungen. Das bedeutet, dass entweder der Multiplikator Null werden muss oder eine von diesen Ungleichungsrestriktionen. Und man drückt das gerne aus, indem man die miteinander multipliziert. Also µ1 mal h1. Und dann sagt, das Ergebnis muss gleich Null sein. Das bedeutet nämlich einfach nur, dass einer der beiden Faktoren Null sein muss. Also entweder haben wir ein Extremum im Inneren oder eins am Rand. Das ist die ganze Bedeutung. Und jetzt noch für µ2. µ2 mal h2. Also minus x2 minus 4 ist gleich Null. Das sind alle KKT-Bedingungen, die unser Punkt erfüllen muss. Angenommen, es wäre kein Punkt vorgegeben. Und du müsstest alle KKT-Punkte selbstständig ausrechnen. Dann geh am besten immer so vor. Beginne mit deinen Gleichungsrestriktionen. Stell die weitestgehend nach den einzelnen Variablen um. Und setz das in das gesamte System ein. Schon hast du keine Gleichungsnebenbedingungen mehr. Und dann kannst du so weitermachen, wie auch im letzten Video. Da haben wir gesagt, du beginnst immer mit dieser fünften KKT-Bedingung. Denn das ist ein Gleichungssystem in faktorisierter Form. Sprich, um hier auf die Lösungen zu kommen, hast du es ziemlich einfach. Du musst einfach nur alle Faktorkombinationen rausfinden, die Null werden können. Zum Beispiel µ1 und µ2. Wenn die beiden Null sind, kommt da Null bei raus. Denn Null mal was auch immer ist gleich Null. Oder µ1 und diese Klammer hier. Oder µ2 und diese Klammer. Oder diese beiden Klammern hier. Die könnten auch Null werden. Und schon wäre dieses System erfüllt. Also vier verschiedene Fälle, die hier unten drin stecken. Und wenn dieser Punkt nicht vorgegeben wäre und du ihn erst ausrechnen müsstest, dann würde der in einem dieser vier Fälle drin stecken. Probier das ruhig mal auf diese Weise. Wir haben den aber vorgegeben. Das heißt, wir gehen jetzt nicht nochmal alle vier Fälle durch. Wenn du wirklich diese Fallunterscheidung mal durchführen möchtest, schau dir nochmal das Beispiel aus dem letzten Video an. Aber wenn du diese vier Fälle hast, dann musst du sie alle einzeln in deine Gradientenbedingungen, hier in drittens einsetzen. Dann das System weitestgehend nach X1, X2, µ1 und µ2 umstellen. Und dann bist du fast fertig. Denn X1, X2 sind deine potenzielle Lösung. µ1 und µ2 brauchst du trotzdem, um viertens zu überprüfen. Also bei dem vorgegebenen Punkt, oder bei dem Punkt, den du ausgerechnet hast, müssen die zugehörigen µs alle größer gleich Null sein. Klar, man könnte auch noch Lambda ausrechnen, aber der Wert von Lambda ist nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass es überhaupt eine Lösung für Lambda gibt. Aber der Zahlenwert spielt dann keine Rolle mehr. Hauptsache, alle Bedingungen sind zum Schluss erfüllt. Aber gut, lass uns überprüfen, dass dieser Punkt wirklich ein KKT-Punkt ist. Am besten machst du es so, dass du erst die primale Zulässigkeit prüfst. Also erst die Gleichungs- und Ungleichungsrestriktionen. Denn dann kriegst du fünftens gleich mit geschenkt. Und mit ein bisschen Glück auch noch viertens. Das letzte, wo du einsetzt, wird dann drittens sein. Und löst dieses Gleichungssystem dann auf, um dann noch deine verbleibenden µs auszurechnen. Oder Lambda, je nachdem, was dich interessiert. Das sollte aber immer die Vorgehensweise sein. Lass uns den Punkt in erstens einsetzen. x1 plus x2 minus 3. Das macht 9 Drittel gleich 3. 3 minus 3 gleich 0. Also check, die Gleichungsnebenbedingung ist erfüllt. In Summe ergeben die beiden gleich 3. So, weiter geht's mit dieser ersten Ungleichungsrestriktion. Minus x1 plus 2 mal x2 plus x1. Äh, plus 1, sorry. Da haben wir hier nämlich minus 3 Drittel gleich 1. Minus 1. Minus 1 plus 1 gleich 0. Und 0 ist kleiner gleich 0. Check, wahre Aussage. Schau mal hier, besonderer Fall. Da steht ist gleich 0. Wir kommen genau auf die Grenze drauf. Punktlandung. Wenn das mal so ist, wenn hier wirklich ist gleich 0 bei rauskommt, dann sagt man, dass diese Ungleichungsrestriktion aktiv ist. Sie ist bindend. Sollte mal nicht gleich 0 rauskommen, sondern minus 8 zum Beispiel, dann wäre diese Ungleichungsrestriktion strikt erfüllt. Und wenn sie strikt erfüllt ist, wenn das hier nicht 0 ist, wenn dieser Term nicht 0 ist, dann muss der zugehörige Multiplikator 0 sein. Das meinte ich gerade. Wenn wir 2. fertig haben, dann kriegen wir 5. geschenkt und mit ein bisschen Glück sogar was von 4. auch noch. Also lass uns unseren Punkt mal in H2 einsetzen. Minus x2. Also minus 2 Drittel, minus 4. Und ja, das brauchen wir gar nicht erst auszurechnen. Und da sehen wir sofort, das hier ist eine negative Zahl. Was aber vollkommen in Ordnung ist. Check. Zweitens ist erfüllt. Das bedeutet aber, dass H2 nicht aktiv ist in diesem Punkt. Es ist nicht bindend. Das bedeutet, H2 ist strikt erfüllt. Und demzufolge muss laut 5. Wenn das hier nicht 0 ist, der zugehörige Multiplikator 0 sein. Also ich schreibe mal aus 5. Folgt, dass jetzt µ2 gleich 0 ist. Und diese erste Gleichung hier oben, µ1 mal diesen Term, das ist auch erfüllt, denn H1, das ist ja, H1 ist ja gerade 0 gewesen. Ja, 0 mal was auch immer gleich 0. Das bedeutet, wenn wir 2. überprüft haben, haben wir 5. automatisch auch schon mit abgearbeitet. Und dazu Hilfe haben wir von Teil von 4. Also, wenn du wirklich diese Reihenfolge durchgehst, ist 5. ebenfalls abgehakt und du kannst weitermachen direkt mit drittens und den verbleibenden Teil µ1 ausrechnen. Denn nur wenn jetzt µ1 was Positives ist, nur dann haben wir auch alle unsere KKT-Bedingungen erfüllt. Ich bin gespannt. Los geht's mit x1, 7 Drittel plus 2 plus 1 Lambda. Siehst du das? Wir nehmen nur die obere Zeile. Du kannst es auch gerne als Vektor weiter aufschreiben. Ich mag das gerne als 2,1 in den Gleichungen aufschreiben. Minus µ1 gut, plus 0 µ2, als ob das noch einen Einfluss hätte, ist gleich 0. Und jetzt die zweite Zeile. 3 mal x2 also 2 minus 6 plus 1 Lambda plus 2 µ1 und wie gesagt, da µ2 gleich 0 sein soll, können wir es gleich weglassen. Ich würde empfehlen, lass uns diese Zahlen noch ein bisschen zusammenfassen und dann, weil wir überall solche linearen Terme haben, können wir entweder mit Umstellen, Einsätzen arbeiten oder was noch eleganter ist mit dem Additionsverfahren. Aber eins nach dem anderen erst mal zusammenfassen. 7 Drittel plus 2 also 7 Drittel plus 6 Drittel sind wir bei 13 Drittel plus Lambda minus µ1 gleich 0 und hier unten 2 minus 6 das sind gerade minus 4 plus Lambda plus 2 µ1 gleich 0. Wie gesagt, Umstellen, Einsätzen oder Additionsverfahren, was dir besser gefällt, ich finde das Additionsverfahren eleganter, eleganter, weil man in kürzerer Zeit und mit weniger Schusselfehlern immer zum Endergebnis kommt. Wenn wir die beiden voneinander abziehen, fallen die Lambdas gerade weg. 13 Drittel minus minus 4, also 13 Drittel plus 4 sind 13 Drittel plus 12 Drittel, sind wir bei 25 Dritteln. Die Lambdas fallen weg und minus µ1 minus 2 µ1 sind wir bei minus 3 µ1 und schau mal, da brauchen wir gar nicht eigentlich weitermachen, wenn wir das Ganze jetzt umstellen, also plus 3 µ1 und nochmal durch 3 teilen, dann kommt da etwas Positives bei raus. Der Zahlenwert selbst interessiert uns eigentlich nicht. Wir wollen nur wissen, ob das Ding größer gleich 0 ist und ja, das ist es. Check. Damit ist auch viertens erfüllt. Also, lass uns zusammenfassen. Unsere Gleichungsnebenbedingungen erstens ist erfüllt, unsere Ungleichungsrestriktionen zweitens sind erfüllt, drittens ist erfüllt, da wir es ja gerade zum Rechnen benutzt haben, viertens ist erfüllt, weil µ2 gleich 0 ist und µ1 25 Neunte und fünftens ist demzufolge auch gleich erfüllt, das wussten wir hier gleich schon am Anfang. Also, du siehst, einen vorgegebenen Punkt zu überprüfen, ob er ein KKT-Punkt ist, ist viel leichter, als alle vier Fallunterscheidungen nacheinander durchzugehen. Trotzdem solltest du beides beherrschen und deswegen empfehle ich dir nochmal, beide Videos ganz gründlich anzuschauen. Aber was bringt uns das Ganze denn jetzt eigentlich? Wir haben rausgefunden, dass dieser Punkt ein KKT-Punkt ist. Toll, und jetzt? Ziel ist doch, die Lösung von so einem Optimierungsproblem rauszufinden. Gilt denn jetzt, dass ein KKT-Punkt immer auch gleich die Lösung von so einem Optimierungsproblem ist? Oder andersrum gilt, dass eine Lösung von dem Problem auch immer gleich ein KKT-Punkt ist? Nein, beide Aussagen gelten im Allgemeinen nicht. Das haben wir uns in dem Einführungsvideo, in dem Theorievideo zu diesen KKT-Bedingungen angeschaut. Es gibt aber bestimmte Voraussetzungen, dass diese beiden Aussagen zusammenhängen. Zum Beispiel ist ein KKT-Punkt immer dann eine Lösung. Zum Beispiel, wenn es sich um ein konvexes Problem handelt. Und tatsächlich, wir haben hier ein konvexes Problem. Und deswegen muss dieser KKT-Punkt auch immer gleich eine Lösung, sogar eine globale Lösung von diesem Problem sein. Du musst jetzt allerdings in deiner Prüfung erkennen, dass dieses Problem ein konvexes Problem ist. Ein konvexes Problem erkennst du daran, dass die Zielfunktion konvex ist und der gesamte Bereich von diesen zulässigen Punkten ebenfalls. Dass diese Zielfunktion konvex ist, das kannst du ziemlich einfach erkennen. Übrigens auch ein wunderbarer Vorteil von dieser Matrix-Vektor-Schreibweise. Du brauchst einfach nur die zweite Ableitung davon, die Hesse-Matrix. Sprich, diese erste Ableitung hier nochmal ableiten. Und rauskommt, vielleicht hast du es schon vermutet, genau diese Matrix, 1,0,0,3. Die Matrix, die auch hier oben steht, das ist die Hesse-Matrix von dieser Zielfunktion. Und diese Hesse-Matrix hier, die ist positiv definiert. Vielleicht erinnerst du dich, das ist eine Diagonalmatrix und Diagonalmatrizen haben auf der Hauptdiagonale ihre Eigenwerte stehen und wenn die positiv sind beide, dann ist die Matrix auch positiv definiert. Und eine positiv definierte Hesse-Matrix bedeutet, dass die zugehörige Funktion konvex ist. Es würde tatsächlich sogar ausreichen, wenn sie nur positiv semi-definit ist. Schau dir gerne auch nochmal die Videos an, wo ich dir ein paar ziemlich coole Tricks verrate, wie du die Definitheiten von Matrizen überprüfen kannst, ohne große Rechnungen. Aber zurück zum Thema. Das hier ist eine konvexe Funktion. Und auch der zulässige Bereich ist konvex. Besser gesagt, alle Gleichungs- und Ungleichungsrestriktionen sind affin. Das ist eine wesentlich schwächere Voraussetzung. Affin bedeutet sowas wie linear, nur eben, dass da noch konstante Zahlen auf der anderen Seite stehen können, wie eine 3, eine 1 oder eine 4. Also affin, lineare Funktionen. Das reicht vollkommen aus. Die Zielfunktion ist konvex und alle Nebenbedingungen sind affin. Und deswegen ist das ein konvexes Problem und ein KKT-Punkt muss zugleich eine globale Lösung des Problems sein. Kleine Ergänzung noch, denn es könnte tatsächlich vorkommen, dass du nicht affine Ungleichungsrestriktionen hast. Gleichungsrestriktionen müssen bitte immer affin sein. Immer so linear mit höchstens noch einer Zahl hinten dran. Aber bei diesen Ungleichungsrestriktionen dürfte tatsächlich sowas hier stehen. X und Y passen gerade nicht. Wir haben ja gesagt X1 und X2. Also X1 Quadrat plus X2 Quadrat kleiner gleich 25 zum Beispiel. Das dürfte auch mit drin stehen und es wäre wieder konvex. Denn wenn du es umstellst nach kleiner gleich 0 X1 Quadrat plus X2 Quadrat minus 25 kleiner gleich 0 dann wäre das von mir aus dann H3. Dann ist diese Funktion H3 wieder konvex. Also alle nicht affinen die hier nicht linear sind alle nicht affinen Ungleichungsrestriktionen die müssen dann ebenfalls konvex sein damit es sich immer noch um ein konvexes Problem handelt. Aber ich würde sagen an dieser Stelle reicht es erstmal damit solltest du den Großteil so gut wie alles gesehen haben was es zu KKT zu wissen gibt um bestens auf deine Prüfung vorbereitet zu sein. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Video. Hey ich hoffe das Video hat dir gerade gefallen. Wenn du dich zufällig demnächst auf eine Mathe Prüfung vorbereiten musst dann schau unbedingt mal unter diesem Video nach. Ich habe dort mehrere Online-Kurse von mir zur Klausurvorbereitung verlinkt mit denen schon mittlerweile über 3000 Studenten ihre Prüfungen bestanden haben. Wenn dir das Video weitergeholfen hat oder du möchtest dass in Zukunft weitere Content erscheint dann erzähl einfach deinen Kommilitonen deinen Freunden und deiner Familie von mir und abonniere den Kanal. Danke dir.